Nach dem Treffen ist vor dem Treffen. Grüß dich und herzlich willkommen von der Moped-Insel. Das Elefantentreffen 2024 ist vorbei. Das heurige Jahr war sehr warm, sehr nass, was so viel heißt wie wahnsinnig tiefer, gratschiger Boden und ich hatte meine Schneeketten vergessen. Es war ein riesiges Drama am letzten Tag bei der Abreize das schwere Gespann den Berg rauf zu bekommen. Das Treffen heuer war wirklich clever. Ich habe viele alte Gesichter gesehen, viele neue Gesichter kennengelernt. Vielen Dank an all die Leute, die mich von den YouTube-Videos gekannt haben und uns gegrüßt haben. Jürgen, Grüße geht an dich raus. War wirklich leibernder Abend. Ich hoffe, mit deinen Kollegen aus Heimburg geht es mittlerweile schon ein bisschen besser mit dem Fuß. Und ich freue mich, wenn wir uns nächstes Jahr wiedersehen würden. War nämlich richtig lustig mit euch. Wie dem auch sei, ich suche mir jetzt noch die richtigen Ketten raus und ihr schaut euch inzwischen unser Elefanten-Treffen 2024 an. Viel Spaß! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So, braucht ihr noch eine Mülltüte? Ja, bitte. Dann könnt ihr auch noch etwas holen. Danke schön. Super, danke dir. Bitte schön. You at the crossroads Stay strong Don't know Don't be a blow If you're a young or old soul It doesn't matter Don't do what you're talking Fast! Keine Hüfte! Oh, den wollten das zum Aufhören! Hahaha Fährliche Anwärmung 2024 Rummelwirbel Jee Tut nichts? Nicht wirklich! Aber das ist das kleinste Problem Natürlich nur Bio Die haben gesagt, nächstes Jahr sind die auch schon verboten Muss man elektrische mitnehmen Habt ihr gesehen, ob die heruntert mit der Kappe Was ist das? Nur erhitzen, nicht kochen Na bitte! Vegan? 100% Traube Und fettfrei, oder? Fettfrei Hahaha Hahaha My heat's like an oven on a crack You can't cope me up in pieces Stop my long support Tell me if you can I don't get upset Put me out On me out And I don't wanna wait Dann erfolgt jetzt die feierliche Übergabe Claudia Ihres Geschenkes Vielen Dank, Claudia Für deine Aufmerksamkeit Wunderbar, Dankeschön Vielen Dank Im Namen von der Claudia Gern geschehen Jetzt hattest du dir rumgekugeln wo du fett wirst du kannst das Schottel haben Ja Hahaha Claudia, feierliche Übergabe vom Enel Philipp Kriegst du noch was für deine Hüfte Dienstleistungen Ach Gottlieb Oh, vielen Dank Oh, ich lass's mir schmecken Ich liebe Philipp Vielen, vielen Dank Aber das hätt's nicht gebraucht Ich hab das nämlich gerne gemacht Ich hab ja gestern wegschmissen Wenn du da geschrieben hast Muschi wärmer Muschi füllen, genau Genau das Das ist super Das war so super Und dann schreibt er Musch natürlich Hahaha Hahaha Was trinkst du? Fettfrei Was man im Zeichen guter Gastlichkeit beschert Das ist schon einen Asbach-Uraltwert Frokade oder Eierlikör? Rotwein Nein, das haben wir leider Nein, Asparti Frokade oder Eierlikör? Eierlikör Eierlikör Frokade oder Eierlikör? Eierlikör Eierlikör Gibt's eine Grillzange Eierlikör Keine Italian Eierlikör Eierlikör vorrem Eierlikör Eierlikör Hurt Und ein Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020